Und damit willkommen zur Installationsanleitung von Arduino für den ESP8266 unter Linux. Ich zeige das hier anhand von Ubuntu 17.10. Die Anleitung, die ich hier mache, gilt aber auch genauso für Debian und Linux Mint. Für andere Distributionen werde ich teilweise auch noch ein paar Hinweise darauf geben, wie das Ganze funktioniert. Nun ja, generell möchte man bei Linux ja über den Paketmanager arbeiten, das heißt dann Terminal auf und das übliche sudo apt-get oder apt-install und dann Arduino, korrekt? Ja, zwar funktioniert das unter Ubuntu, aber es gibt ein kleines Problem, denn wenn wir mal in die Paketquellen gucken, das Arduino Paket, was bei den Debian Distributionen meistens mit ausgeliefert wird, ist die 1.0.5. Die ist leider extrem alt und für den ESP8266 nicht geeignet. Aktuell ist, glaube ich, eine 1.8. Irgendwas. Ähnlich sieht das Ganze auch bei OpenSUSE aus. Auch da, da sind wir zwar schon bei 1.6, aber immer noch zu alt. Das heißt also, auch da müssen wir an anderen Stellen weitersuchen. Bessere Chancen haben wir bei Distributionen, die immer aktueller sind, wie zum Beispiel Fedora. Fedora hat die 1.8.5 bereits drin oder 1.8.4 in Stable und Arch Linux brauchen wir, denke ich, nicht groß drüber zu reden. Auch hier ist die 1.8.5 bereits verfügbar. Das heißt für euch, wenn ihr eine Distribution habt wie Fedora oder Arch Linux, dann könnt ihr einfach sagen, dass ihr das Paket Arduino installieren wollt über entsprechend hier Pacman bzw. Fedora müsste DFN oder sowas heißen. Bei anderen Distributionen verweise ich euch mal auf die Webseite Arduino.cc. Das ist die offizielle Seite des Arduino Projektes und hier unter Software, da finden wir entsprechend einige Downloads. Wenn wir auf der Seite ein kleines bisschen nach unten scrollen, dann sehen wir hier bereits Download der Arduino IDE Version 1.8.5 und wir haben hier unter anderem Downloads für Linux 32-Bit, 64-Bit und ARM. Ich habe hier einen 64-Bit Prozessor, was eigentlich alle aktuellen PCs sein sollten, also laden wir die Datei runter. Können jetzt hier an der Stelle, wenn wir wollen, eine Spende machen an das Arduino Projekt. Wenn ihr das Ganze häufiger verwendet, ist das natürlich eine gute Idee, einfach um die Leute, die dahinter stehen und diese ganze Software und Infrastruktur betreiben, ein bisschen zu unterstützen. Ihr könnt aber auch sagen, Just Download, dann geht es natürlich kostenfrei weiter. Wir kriegen die entsprechende Datei, die einmal abspeichern. Wir bekommen dann hier diese HXZ-Datei und was wir machen können, ist einfach rechtsklick hier entpacken. Dann bekommen wir hier einen Ordner, Arduino 185, nochmal da rein und hier sehen wir schon diverse Sachen. Für uns wichtig ist die InstallSH. Leider kann Ubuntu die nicht aus der grafischen Oberfläche direkt ausführen, jedenfalls habe ich keinen Weg dazu gefunden. Also gehen wir ins Terminal. Wenn ihr das nicht hier habt, entsprechend über das Anwendungsmenü danach suchen, kommt da hier so in den Bildschirm ungefähr. Da tippen wir jetzt entsprechend erstmal CD, das heißt Change Directory, anderes Verzeichnis und wir wollen Downloads. Kleiner Tipp, wenn ihr angefangen habt zu tippen, könnt ihr mit Tab das Ganze fertigstellen, wenn es nur noch eine Wahl gibt. Wir wollen in Downloads, Arduino, Arduino und dann einmal Enter. Jetzt sagen wir .schräger install.sh. Drücken einmal Enter. Wir sehen jetzt hier ein paar Fehlermeldungen, die haben aber noch nicht unbedingt was zu sagen. Einfach abwarten, bis dass er da durchgelaufen ist. Wir sehen jetzt hier unten, hier steht Done. Das sieht auch schon mal gut aus. Jetzt können wir hier alle Fenster zu machen, denn die Installation ist damit von Arduino selber auf jeden Fall schon mal abgeschlossen. Theoretisch sollten wir dann ein Desktop-Icon haben. Ihr seht, das ist hier ein bisschen kaputt, weil es nicht vertraut ist. Alternativ könnt ihr auch auf Anwendungen gehen und dann nach Arduino suchen. Dann sehen wir schon, hier ist die Arduino IDE drin. Aber wenn man will, klappt auch das Desktop-Icon. Einfach mal einen Doppelklick machen. Dann kommt hier eine Frage, ob das Ding wirklich vertrauenswürdig ist. Vertrauen und starten und dann seht ihr, das Bild erscheint und jetzt startet auch die IDE. So sieht die Software dann aus. Wir haben hier oben ein paar Knöpfe. Wir haben Überprüfen, Hochladen. Hiermit könnt ihr gucken, ob das, was ihr am eigenen Code geschrieben habt, in Ordnung ist. Hiermit könnt ihr es dann zum Board übertragen. Hier in der Mitte schreibt ihr den eigentlichen Code. Aber noch können wir nicht ganz loslegen, denn wenn wir mal hier schauen, Werkzeuge Board, da können wir nämlich auswählen, welche Hardware wir haben. Wenn wir hier sehen, hier ist jede Menge Arduino, aber kein ESP A266. Den müssen wir nämlich noch erstmal einpflegen und dafür gibt es wieder eine Webseite. Das wäre die hier, github.com-esp8266-arduino. Das ist das Projekt, um den ESP mit Arduino nutzbar zu machen. Wenn wir auf der Seite runter scrollen, unter diese ganzen Einträge, dann kommen wir hier zur Readme, also zur Anleitung. Und für uns interessant ist die Installation über den sogenannten Board Manager. Das einzige, was wir dazu brauchen, ist diese Adresse hier, diese URL. Die kopieren wir uns an der Stelle. Kopieren. Gehen wir zu unserem Arduino zurück. Gehen dort auf Datei, Voreinstellungen und suchen hier unten nach diesem Textteil. Zusätzliche Bordverwalter-URLs. Da fügen wir das Ganze ein. Das geht per STRG-V. Die rechte Maustaste ist in dem Feld leider gesperrt. Wenn schon was drinstehen sollte, könnt ihr hier hinten draufklicken, auf dieses eine Feld. Und könnt dann hier in die nächste Zeile einfach die nächste Adresse reinschreiben. Da können mehrere drin sein. Ist die Adresse eingetragen, gehen wir auf OK. Gehen dann nochmal auf Werkzeuge, Board und dort in den Bordverwalter. Das kann jetzt einen Moment dauern. Dadurch, dass es das erste Mal ist, dass wir das öffnen, wird jetzt hier dieser Plattform-Index heruntergeladen. Ist das abgeschlossen, können wir hier oben in dem Feld einfach ESP eingeben. Und wir sehen hier schon den Eintrag ESP8266 bei ESP8266 Community. Aktuell ist das Version 2.4.0. Das heißt, wir klicken einmal da drauf. Die aktuellste Version steht automatisch hier drin. Wir müssen noch auf Installieren klicken. Und der lädt jetzt automatisch alles Nötige runter und installiert das Ganze. Ein paar Minuten später sollte dann hier Installed stehen. Wir sehen hier unten ist jetzt der Button Schließen. Und das war es auch. Jetzt können wir hier unter Werkzeuge, Board, wenn wir die Maus über den Pfeil nach unten halten, nach unten gehen. Und da kommen unsere ESP8266 Module. Ich habe hier zum Beispiel ein Wimos D1 Mini. Das ist der hier. Und wir sehen, es steht jetzt hier unten auch drin. Einen Punkt haben wir aber noch. Nämlich, wenn wir unter Werkzeuge Port gucken, da sollte eigentlich TTYUSB irgendwas stehen. Bei mir steht es jetzt nicht, weil er nicht angeschlossen ist. Aber ihr werdet wahrscheinlich auch nicht darauf zugreifen können. Das ist nämlich eine Einschränkung von diversen Systemen. Denn in den meisten Fällen dürfen auf den USB-Anschluss auch nur Benutzer zugreifen, die entsprechend die Berechtigung haben. Um den seriellen Anschluss freizuschalten, geht ihr nochmal ins Terminal rein. Und dann tippt ihr entsprechend sudo gpasswd minus kleines a. Dann euren Username oder Dollar User geht auch. Und zum Schluss der Gruppenname Dale Out. Wir sehen jetzt hier, wer zu Dale Out hinzugefügt. Eventuell müsst ihr nochmal euer Kennwort eingeben. Und das war es jetzt. Was ihr jetzt noch machen müsst, ist euch einmal abmelden, neu anmelden und dann solltet ihr auch programmieren können. Wenn ihr auf anderen Distributionen seid, dann kann es sein, dass die Gruppe hier anders heißt. Meistens wollt ihr die Gruppen Dale Out, wenn die nicht existiert UUCP und eventuell noch die Gruppe Log. Das könnt ihr alles hier mit dem Befehl machen oder einfach nur hier hinten den Gruppennamen ändern. So, wir können jetzt hier mal einfach ein Beispiel gerade laden. Gucken, ob das Ganze auch funktioniert. Jetzt hier das sogenannte Blink-Programm. Klicken einmal auf Überprüfen. Wir können jetzt hier unten schön sehen, Sketch wird kompiliert. Und gleich sollte hier irgendwo erscheinen, dass er fertig ist. Genauso soll das aussehen. Kompilieren abgeschlossen. So, ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie ihr unter Linux die Arduino IDE einrichten könnt. Wenn ihr andere Betriebssysteme nutzt, guckt mal oben in der Ecke. Da ist auch noch was für Windows. Und wenn ihr Probleme habt mit der Einrichtung, unten ist der Kommentarbereich. Wie üblich könnt ihr eure Fragen stellen. Ich versuche sie zu beantworten. Und am Ende tut dann hoffentlich hier diese Software, was sie soll.